Das Vermächtnis der Fremden, die vom Himmel kamen In einer alten Volksweise fragt der Pfarrer und Dichter Wilhelm Hay, Weißt du, wie viel Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut, wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut. Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind. Mit diesem Text wollte der Dichter die Sorgfalt und Achtsamkeit zum Ausdruck bringen, die Gott seiner Schöpfung und den Geschöpfen, seinen Kindern, entgegenbringt und die er alle ins Leben rief. Das allabendliche Bild des sternenübersäten Himmels hat den frommen Mann dabei sicher inspiriert. Nun ist aber nach dem Alten Testament das Zählen von Sternen und Geschöpfen ein göttlicher Herrschaftsakt, der dem Menschen nicht zusteht. Dennoch haben es in den Jahrtausenden immer wieder kluge Geister versucht. Bisher ohne Erfolg. Niemand kennt bis heute ihre genaue Zahl. Weder die der Geschöpfe noch die der Sterne. Auch unsere Astronomen sind bei der Anzahl der Gestirne nur auf Vermutungen angewiesen. Mit ihren Instrumenten können sie zwar ca. 13 Milliarden Lichtjahre in den Weltraum sehen, aber ob da schon das Ende der Fahnenstange ist? Hinzu kommt noch, dass die allermeisten Lichtpunkte am Firmament gewaltige Galaxien sind. Schätzungen gehen davon aus, dass es in unserem Universum etwa 100 Milliarden davon gibt. Berücksichtigt man die 90 Prozent, die bisher mit unserer Technik nicht zu erfassen sind, steigt die Zahl im beobachtbaren Kosmos auf über eine Billion. Auch wir leben in einer davon. Wie in allen anderen gibt es in ihr reichlich Sonnen mit bewohnbaren Planeten. In unserem Sonnensystem zurzeit aber nur einen. Unsere Erde. Das war nicht immer so. Die neun Planeten, die unermüdlich ihre Bahnen um die Sonne ziehen, sind nicht durch Zufall an ihrem Platz gelangt. Ihre Aufreihung folgte einer Gesetzmäßigkeit. Sie wurde nach ihren Entdeckern Titius Bodeschereie genannt. Nach dieser Regel fehlt zwischen Mars und Jupiter ein Planet. An seiner Stelle umkreisen aber viele tausend große und kleine Gesteinsbrocken unser Zentralgestirn. Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um die Bruchstücke eines geborstenen Planeten handelt. Folgerichtig sind die beiden russischen Professoren Alexander Kazasiew von der Universität Moskau und Professor Felix Ziegel vom Russischen Institut für Raumfahrt davon überzeugt, dass es so ist. Schon vor vielen Jahren erläuterten sie ihr Konzept vor amerikanischen Reportern so. Ursprünglich gab es in unserem Sonnensystem zehn Planeten. Der zehnte Planet umkreiste zwischen Mars und Jupiter die Sonne. Er hatte eine Lufthülle wie die Erde und es gab auf ihm Berge und Meere. Durch Atomexplosionen oder einen gewaltigen Atomkrieg wurde Phaeton zerstört und seine Bruchstücke bildeten den Asteroidengürtel unseres Sonnensystems. Seine Bewohner waren bereits der Raumfahrt mächtig und einige Raumschiffe fernab von ihrem Heimatplaneten überstanden die Weltraumkatastrophe. Die Insassen landeten auf unserer Erde, die schon damals eine üppige Flora und Fauna beherbergte und siedelten sich auf ihr an. Von technischem Fortschritt und seinen Errungenschaften waren sie durch die furchtbaren Folgen, die diese auf ihrem Heimatplaneten gezeitigt hatten, restlos geheilt. Sie passten sich daher den vorgefundenen Umweltbedingungen an und kehrten zu einer naturverbundenen Lebensweise zurück. Wie gestrandete Schiffbrüchige bauten sie sich einfache Schutzhütten und Waffen, um fortan von Jagd und Fischfang zu leben. Aus verständlichen Gründen vermieden sie alles, was diese naturverbundene Lebensweise durch eine neuerliche Technik hätte beenden können. Um diese Theorie zu stützen, haben die sowjetischen Wissenschaftler winzige Teilchen gesammelt, die aus dem Weltraum auf die Erde geregnet sind. Diese vermeintlichen Bauteilchen des Planeten Phaeton haben sie gründlich untersucht und dabei eine Fülle von Beweisen für ihre Behauptungen entdeckt. Auch amerikanische Forscher fanden in verkohlten Meteoriten versteinerte Zellen, die vorher auf der Erde nicht bekannt waren. Leider zieht man es in westlichen Fachkreisen vor, sich über die eventuelle Herkunft dieser ungewöhnlichen Lebensformen nicht so konkret zu äußern. Dagegen waren manche Urheber alter Überlieferungen der Meinung, dass die Erde von den fremden Astronauten nicht erst nach dem verheerenden Krieg auf Phaeton aufgesucht wurde. So wird zum Beispiel im Buch der Bücher bei 1. Mose 6, 1-4 berichtet, Da aber die Menschen begannen sich zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren und Namen zu weibern, welche sie wollten. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden, denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder zeugten, wurden daraus Gewaltige, in der Welt und berühmte Männer. Ähnliches überliefert uns der sagenumwobene Schriftsteller Hermes in seinem Buch über die Naturen, das nach seinen Worten einen offenkundigen und einen verborgenen Sinn aufweist mit folgender Aussage. Die alten und göttlichen Bücher sagen, dass gewisse Engel von Leidenschaft zu den Weibern ergriffen wurden. Sie stiegen zur Erde herab und lehrten sie alle Werke der Natur. Weil sie stolz geworden, die Menschen auch alle üblen Dinge gelehrt hatten, die der Seele nicht zum Besten dienen, wurden sie aus dem Himmel gejagt. Freilich haben die Fremden, die vom Himmel kamen, sich nicht nur mit den Schönen der Erde vergnügt und taten, was auch heute noch der Menschen liebste Beschäftigung ist. Sie lehrten sie auch viele Dinge, die das Leben angenehmer machten. Das bestätigt uns der griechische Alchemist und Schriftsteller Sosimos von Panopolis. Er lebte im 4. Jahrhundert und teilt dazu mit, dass die Anfänge der geheimen Wissenschaft in dem Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte zu suchen sind, in dem sich die gefallenen Engel mit den Frauen der Menschen gepaart haben. Aus Dankbarkeit für ihre Liebesdienste unterwiesen die Engel die Frauen in verschiedenen Künsten in der Absicht, dass ihre gespielenen Juwelen, herrliche Kleider und Wohlgerüche zur Zierde und Erhöhung ihrer Schönheit herstellen sollten. In einem frühen alchemistischen Manuskript bekennt eine Priesterin, die sich Isis nennt und ihre Schriften an ihren Sohn Horus richtet, dass sie ihre chemischen Kenntnisse Amnail, dem Ersten der Engel und Propheten, verdanke. Isis sagt ganz offen, dass sie ihre Weisheit als Belohnung für ihre Liebesdienste zu Amnail erhalten habe. Darum wetterte der Kirchenschriftsteller Tertullian, gestorben um 222, die Kinder Gottes haben ihre Weisheit an die Sterblichen nur in der bösen Absicht weitergegeben, um sie zu weltlichen Freuden zu verführen. Daher lag ein Fluch auf dem verbotenen Wissen, das den Menschen befähigte, es seinem Schöpfer gleichzutun und die Erforschung der verborgenen Werke der Natur war, frevelhaft. Auch einer der bedeutendsten Philosophen und Theologen der lateinischen Kirche, der Bischof Aurelius Augustinus, der von 354 bis 430 n. Chr. gelebt hat, teilte diese Meinung und sprach von dem eitlen und neugierigen Wissensdurst, der als Erkenntnis Wissenschaft bekannt ist. Als Mann der Kirche wusste er ja, dass Gott selbst schon den ersten Menschen verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Erst die böse Schlange überredete Eva, dieses Gebot zu missachten, indem sie zu ihr sprach, Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass, welchen Tages ihr davon esstet, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Ein Ziel, das nicht nur Adam und Eva verlockend fanden. Bis heute sehen auch viele ihrer Nachkommen darin einen lohnenden Lebenssinn. Ihre Gier nach Lust, Besitz, Macht und Geltung kennt keine Grenzen. In einem ihrer Märchen haben die Gebrüder Grimm das wunderschön aufgezeigt. Zuerst wohnten der Fischer und seine Frau in einer kleinen Fischerhütte an einem idyllischen See und hatten ihr Auskommen. Er ging täglich ans Ufer zum Fischen und brachte heim, was beide zum Leben brauchten. Eines Tages zappelte ein großer Butt an seiner Angel und sagte zu ihm, Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben, ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwunschener Prinz, setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Nun, antwortete der Mann, du brauchst nicht zu viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, den werde ich schwimmen lassen. Und setzte ihn wieder ins Wasser. Zu Hause fragte ihn seine Frau, warum er mit leeren Händen heimkäme und er berichtete ihr, was sich zugetragen hatte. Sofort schallte sie ihn, weil er den Butt ohne Gegenleistung wieder schwimmen ließ. So ging er zum See und rief, Männlein, Männlein, Timpe Tee, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen, vernahm, dass sich die Fischersfrau ein kleines Häuschen wünscht und erfüllte den Wunsch augenblicklich. Aber nach einer Weile genügte ihr das kleine Häuschen nicht mehr und sie wollte ein großes, steinernes Schloss. Auch das bekam sie und sogar einen richtig großen Palast. Nun kam sie auf den Geschmack und ihre Wünsche wurden immer unverschämter. Alsbald war sie König, Kaiser und Papst. Dennoch war sie nicht zufrieden und die Gier ließ sie nicht schlafen. Immer dachte sie darüber nach, was sie noch werden könnte. Da schaute sie eines Morgens aus dem Fenster, sah, wie Gott die Sonne aufgehen ließ und sagte zu ihrem Mann, das will ich auch können. Geh hin zum Butt, ich will werden, wie der liebe Gott. Als der Mann dem Butt diesen Wunsch vortrug, sagte er, geh nur hin zu ihr, sie sitzt schon wieder in ihrer Fischerhütte. Leider geht es nicht immer so glimpflich ab wie in diesem Märchen. Erst recht nicht, wenn gnadenlose Gier nach Macht und Geltung die Triebfedern des menschlichen Handelns sind. Ein Beispiel dafür, wohin das letztlich führt, sind nicht nur die grausamen Kriege, sondern als Krönung der geborstene Planet zwischen Mars und Jupiter. Sicher hat es auch dort erst mit der Zerstörung der Umwelt begonnen, bis schließlich der ganze Planet nicht mehr zu retten war. Dann blieb nur noch der Gnadenschuss und bumm, das war's dann mit lustig. Freilich hat das die Fremden, die vom Himmel kamen, nicht davon abgehalten, zumindest das Wissen zu nutzen, das ihnen zu Reichtum und Macht verhalf. Sie beherrschten ja nicht nur die Gravitation, sondern konnten mit Hilfe eines weißen Pulvers, das sie vermutlich von ihrem Planeten mitbrachten, Blei und Quecksilber in Gold umwandeln. Mit dem bei den Erdenmenschen so begehrten gelben Metall war es für sie ein leichtes, ganze Imperien zu errichten und sich von den Erdbewohnern wie Götter verehren zu lassen. Glaubt man Sosimos von Panopolis, benutzen sie bei ihren Transaktionen ein Buch mit dem Titel Sema. Der Legende nach soll es ein mysteriöser Sames geschrieben haben. Leider hat dieser Urvater keine Spur hinterlassen, die einen Schluss auf sein Leben zulässt. Nur sein Name ist immer noch lebendig geblieben, weil sich unsere moderne Chemie, das griechische Wort Gemia, von ihm ausgeliehen hat. Zwar können unsere Forscher auf chemischem Wege noch kein Blei mit der Ordnungszahl 82 oder Quecksilber mit der Ordnungszahl 80 in Gold mit der Ordnungszahl 79 umwandeln, dass diese Umwandlung aber grundsätzlich möglich ist, bewies der Kernphysiker K.B. Bainbridge schon im Jahre 1941. Durch Neutronenbeschuss entfernte er ein Proton aus dem Quecksilberatom und erhielt tatsächlich ein Goldatom. Seither stellt sich auch bei uns nicht mehr die Frage, ob sich Metalle ineinander umwandeln lassen, sondern nur, wie das noch möglich ist. Zumindest die Priester der Pharaonen kannten offenbar noch eine solche Möglichkeit. Aus verständlichen Gründen hielten sie ihr Wissen geheim. Sie waren kluge, gelehrte Leute. Wer seinerzeit in der alten Welt etwas auf sich hielt und in sein wollte, pilgerte in das mysteriöse Land am Nil, um sie um Rat zu fragen. Ob Christen, Gnostiker oder Neoplatoniker, die Philosophen der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, beanspruchten alle ihren Teil an der antiken Weisheit der Ägypter und beriefen sich auf die geheimen Kenntnisse ihrer Priester. Diese waren in das Mysterium der Weltentstehung eingeweiht und wussten vom Äther und den darin wirksamen Wechselwirkungen. Sicher kannten sie auch Möglichkeiten, sie für ihre Zwecke einzusetzen. Wie sich ihre Besucher auch mühten, sie gaben ihr Wissen nur an Außerwählte weiter, die jahrelange strenge Prüfungen in Bezug auf Intelligenz und Lauterkeit bestanden hatten. Diese mussten vorher bei allem, was ihnen heilig ist, schwören, dass sie das Mitgeteilte niemals an Unwürdige weitergeben. Darum wurde über dieses Wissen und das Weltbild das diesem Wissen zugrunde lag, nur im Geheimen gesprochen und öffentlich nur in verschlüsselter Form. Sie verdarben das Wissen und ertränkten es in einem Ozean von Worten, stellte ein Suchender schon zu seiner Zeit betrübt fest. Diese Praxis wurde bis heute beibehalten und hat im Laufe der Jahrtausende die Fülle von Sinnbildern, Parabeln und Gleichnissen hervorgebracht. Die Geschichte in der Kabbalah, der Bibel und den Schöpfungsmythen aller Kulturen sind dafür gute Beispiele. Jeder kennt sie, jeder feiert die Feste, die darauf beruhen, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern und Pfingsten, aber nur wenige wissen, was sie wirklich bedeuten. Das wird sich erst ändern, wenn man das Weltbild der gefallenen Engel als Bezugssystem benutzt und das ist eine Schwingungslehre. Darum sagte der englische Kabbalist Robert Flood, er lebte von 1574 bis 1637, die ganze Welt und der Himmel Gottes gleichen einem Seiteninstrument. Die Verhältnisse, nach denen die Welt gebaut ist, sind die der musikalischen Intervalle, dessen Tastenbrett, die Intervalle zwischen den himmlischen Herrscharen, den Fixsternen, den Planeten und den Elementen beisitzt. Gott stimmt das Instrument, dessen Seite an der Erde festgemacht ist. Um den wahren Sinngehalt der so entstandenen Sinnbilder, Parabeln und Geschichten freizulegen, braucht man, wie bei allem Verschlossenem, einen passenden Schlüssel. Einer davon ist der physikalische Sachverhalt, der sich hinter dem Schlangensymbol verbirgt. Dazu zählt alles, was eine Schwingung ausmacht. Die Schlange ist daher das Symbol für Schwingung, denn nach dem Weltbild der Überlieferer ist die ganze Welt nur ein schwingendes Feld. Wir würden heute sagen, sie ist eine Welt am Draht. Darum findet man das Reptil in den Kosmogonien aller Kulturkreise. Weil sich eine Schlange durch Schlängeln oder durch Strecken und Zusammenziehen fortbewegt, ist sie als Sinnbild für Schwingung bestens geeignet. Das Schlängeln steht für den physikalischen Sachverhalt der Querwellen und das Strecken und Zusammenziehen für die Längswellen. Weil zu beiden Schwingungsarten noch ein Standbein gehört, gibt es vier Grundschwingungsarten. Eines dieser Standbeine ist ein wirbelndes Feld, das andere ein pulsierendes. Beiden ist gemeinsam, dass sie von sich aus ihren Standort nicht wechseln. Dazu müssen sie erst durch äußere Kräfte gezwungen werden. Dieses Verhalten jeder Ortsänderung Widerstand entgegen zu setzen, ist eine Eigenschaft, die wir Trägheit nennen. Sie ist die Ursache dafür, dass sich pulsierende und wirbelnde Felder im Mikrokosmos wie materielle Teilchen verhalten. Weil ihr Rotieren oder Pulsieren in einem feinstofflichen, unter großem Druck stehenden Medium stattfindet, die Alten nannten es Äther, erzeugen diese Bewegungen im Innern der Felder Sogkräfte. Querwellen, wie zum Beispiel die Wasserwellen auf einem Teich, erzeugen diese Sogkräfte oberhalb und unterhalb ihrer Ausbreitungsrichtung. Längswellen, zu denen die Schallwellen gehören, vorne und hinten. Wirbelnde und pulsierende Felder innen und außen. Diese Sogkräfte wechselwirken miteinander und erbauen so die materielle Welt. Um diesen Sachverhalt im Sinnbild darzustellen, bekommt die Schlange zwei Beine und an den dazugehörigen Füßen jeweils vier Greifkrallen. Wie die vier wechselwirkenden Sogkräfte, so fangen ja die Fänge eines Greifs alles, was in ihre Reichweite gerät. Sie halten es fest und tragen es fort. Weil sich zwei Wellenarten in ihrem Medium, wie die Schwingen eines Vogels durch Hin- und Herbewegungen fortbewegen, bekommt die Schlange zwei Flügel, einen für die Querwellen und einen für die Längswellen. Dadurch wird sie in der Symbolik zu einem Drachen. Hinter dem Drachensymbol verbergen sich also physikalische Realität. Die vier Grundschwingungsarten Querwelle, Längswelle, Wirbel und Pulsar, einschließlich der Gesetze, die ihr Werden und Vergehen regeln. Grundsätzlich gilt, alle Schwingungen sind Bewegungszustände des Stoffs eines elastischen Mediums. Ohne ein solches Medium kann es keine Schwingungen geben. Bei den Wasserwellen schwingen Teile des Wassers periodisch auf und nieder oder Wirbeln als Strudel um einen Mittelpunkt. Darum kann es ohne Wasser keine Wasserwellen und keine Wasserstrudel geben. Bei den Schallwellen schwingen Teile der Luft periodisch vor und zurück und als Windhose um ein Zentrum. Folglich kann es ohne Luft keine Luftbewegungen geben. Lichtwellen sind ein Bewegungszustand des elastischen Ethers, lehren die Überlieferer. Ohne dieses elastische Medium kann es keine Etherwellen und keine Etherwirbel geben. Falsch, sagen unsere Wissenschaftler. Für die Lichtwellen gibt es kein Trägermedium. Licht ist ein Teilchenstrom aus Photonen. Diese Teilchen breiten sich durch das Vakuum des leeren Raumes aus wie Geschosse von einem Maschinengewehr. Obwohl sie auf ihrer Reise von vielen kleinen und großen Gravitationsfeldern abgelenkt werden, überbrücken sie mit konstanter Geschwindigkeit locker mehr als 13 Milliarden Lichtjahre ohne zu ermüden. Das widerspricht natürlich der Tatsache, dass sowohl große als auch kleine Teilchen wie zum Beispiel Photonen beim Eintritt in ein Gravitationsfeld zuerst beschleunigt und beim Austreten wieder abgebremst werden. Nach allen Gesetzen der klassischen Mechanik, auf denen unsere gesamte Technik aufgebaut ist und funktioniert, ist das ohne Geschwindigkeitsänderung unmöglich. Nun gründet aber das relativistische Weltbild unserer Wissenschaft auf der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Gerät dieses Dogma ins Wanken, bricht ihr Weltbild zusammen wie ein Kartenhaus. Um das zu verhindern, geht man seit Einstein davon aus, dass sich anstelle der Geschwindigkeitsänderung die Zeit entsprechend dehnt oder streckt. Daraus ergibt sich, dass die Zeit in einem sehr schnell bewegten Raumschiff viel langsamer vergeht als auf der Erde. Das bedeutet, die sich darin befindenden Raumfahrer altern nicht so schnell wie die auf der Erde verbleibenden Menschen. In einem Raumschiff, das mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, würde ein Astronaut so gut wie gar nicht altern. Und das Unverständlichste, das Raumschiff würde am Ziel ankommen, noch bevor es gestartet ist. In der Studienausgabe für Physikstudenten Grundlagen der modernen Physik wird dieser Sachverhalt sogar poetisch dargestellt. Ein junges Mädchen, Fräulein Faust, lief schneller als der Lichtstrahl saust und begann sie ihre Fahrt auf die einsteinische Art, war sie zurück, noch eh sie abgebraust. Dadurch wird möglich mit Zeitmaschinen in Vergangenheit und Zukunft zu reisen. Da kann der Zeitreisende dann unterbinden, dass der machtbesessene Schnurrbart gezeugt wird und so den Zweiten Weltkrieg verhindern. Michael Barry von der University of Bristol setzt noch einen drauf und schreibt, das Licht wird dann von den Sternen absorbiert und von den Augen ausgestrahlt. Etwas weitergehend schreibt John Taylor vom King's College in London von Leuten, die aus ihren Gräbern herauskommen, rückwärts wachsen und schließlich noch nicht geboren sind. Das Unbegreiflichste an der ganzen Sache ist aber, dass 7,5 Milliarden Menschen das alles glauben. Bisher hat das noch keine Religion geschafft. Freilich ist die Relativitätstheorie keine Religion, aber sie wird von ihren Verfechtern wie eine propagiert und verteidigt. Was werden da wohl unsere Nachfahren von uns halten, die einmal für die verheerenden Folgen bezahlen müssen, die dieser Unsinn angerichtet hat? Werden sie sagen, das waren die klügsten Geschöpfe, die je auf diesem Planeten gelebt haben? Vermutlich nicht. Ich fürchte, Was die Kinder dann über uns im Geschichtsunterricht lernen, das macht kein schlankes Bein. Einsteins Antwort auf die logischen Einwände seiner Gegner, die sich mit den haarsträubenden Resultaten, wie sie sich aus seiner relativistischen Mathematik ergaben, nicht abfinden wollten und sich auf den gesunden Menschenverstand beriefen, der gesunde Menschenverstand, das sind all die Vorurteile, die sich bis zum 18. Lebensjahr im Bewusstsein ausgebildet haben. Nigel Calder, der Autor der Studienausgabe für Physikstudenten Einsteins Universum, das er zu Ehren Einsteins schrieb und für dessen zeitgemäße Fertigstellung Fertigste Fertigstellung er 70 Physiker und Astronomen diesseits und jenseits des Atlantik eingespannt hat, sieht das so. Eine Umkehrung der normalen Richtung der Zeit ist natürlich schwer vorstellbar. Man kann sie jedoch nicht einfach mit der Begründung beiseite schieben, dass die Theoretiker noch nicht genug darüber wüssten. Seit Einstein ist das ein Problem für Physiker, nicht für Philosophen. Nun, ich glaube nicht, dass diese Feststellung die Philosophen alter Prägung traurig macht. In ihrem Weltbild haben Logik und gesunder Menschenverstand immer eine entscheidende Rolle gespielt. Darum war für sie Schwingung ohne ein elastisches Trägermedium undenkbar. Weil sich bis auf die Längswellen alle Bewegungen in diesem feinstofflichen Medium recht gut im Wasser unserer Erfahrungswelt beobachten lassen, nannten sie dieses raumfüllende Medium Wasser des Raumes. Die große Flut, die den Raumozean ausmacht. Ein elastischer Wellenträger, der unter ungeheurem Druck steht und dessen Bewegungsenergie ein unvorstellbares Energiepotenzial repräsentiert. Wer davon nichts weiß, weil er das Trägermedium aus seinem Weltbild verbannt hat, der kann diese Energien nicht nutzen. Wer zum Beispiel davon ausgeht, dass es kein Trägermedium für die Schallwellen gibt, kann keine Windmühlen und keine Luftfahrzeuge bauen. Jemand, der bestreitet, dass es Wasser gibt, keine Wasserkraftwerke und keine Schiffe. Ein Ingenieur, der nichts vom Ätherweiß kann nicht auf die Idee kommen, den energiereichen Ätherwirbel anzuzapfen, der mit 24-facher Schallgeschwindigkeit um den Erdkörper rast. Er kann keine technischen Apparaturen erfinden, die den kostenlos zur Verfügung stehenden Ätherwind in Wärme und Strom umwandelt. Er kann auch keine Ätherschiffe konstruieren, die nach dem Prinzip des freien Falls von pulsierenden Ätherfeldern vorwärtsgerissen werden. Felder, deren Sogkräfte wir Gravitation nennen und die sich kurz vor dem Schwerpunkt des Raumschiffs blitzschnell auf- und abbauen. Das hätten wir aber schon vor 100 Jahren haben können. Raumschiffe, die wie die sagenhaften UFOs über den Himmel flitzen. Flinke, kleine, für jedermann und solche, die so groß wie Flugzeugträger sind. Transporter, die riesige Lasten so schnell zum Mond und zum Mars transportieren, wie ein Düsenjet seine Passagiere von Frankfurt nach New York. Damit würden wir längst problemlos jeden Punkt im Sonnensystem erreichen. Hätten längst riesige Treibhäuser auf dem Mond und Mars, die so viel Nahrung produzieren, dass auf der Erde niemand verhungern muss. Stattdessen müssen wir ohnmächtig zusehen, wie alles den Bach runtergeht und UFOs fremder Zivilisationen mit unseren Düsenjägern Katz und Maus spielen. Und warum das alles? Weil zu Michelsons Zeit einige einflussreiche Leute mit allen Mitteln erfolgreich verhinderten, dass der verhasste Äther in den Physikbüchern auftaucht. Sie konnten den Gedanken nicht ertragen, dass es in früherer Zeit kluge Männer gab, die lange vor ihnen bis zu allerletzten Erkenntnissen vorgedrungen waren. Ihre Hinterlassenschaft, wie zum Beispiel die Bibel, sollte nicht Recht haben. Sie wollten die Allergrößten sein und das rächt sich heute. Mit der Schummelei, mit der Einstein damals, die von Michelson nachgewiesene Ätherdrift durch seine Zeitdilatation ersetzte, haben sie den Grundstein für unsere gravierenden Umweltprobleme gelegt. Und das Schlimmste ist, alle nachfolgenden Korrifäen der wissenschaftlichen Welt sind dem Geigenspieler blind gefolgt, wie seinerzeit die Kinder in Hameln dem Flötenspieler. Dafür zahlen wir heute einen sehr hohen Preis. Viele Menschen haben ihre Habe, ihre Lebensgrundlage oder ihr Leben schon verloren, und es werden immer mehr. Von den armen, wehrlosen Tieren, die dadurch sterben oder gar aussterben, ganz zu schweigen. Angesichts der unerfreulichen Tatsachen wird es höchste Zeit, die Relativitätstheorie durch ein Weltbild zu ersetzen, in dem wieder ein Trägermedium für elektromagnetische Wellen vorkommt. Warum das noch nicht geschehen ist, liegt aber nicht am Schwierigkeitsgrad, sondern einem anderen Sachverhalt. Jeder, auch der Wissenschaftler, handelt seiner Bewusstseinswelt analog. Diese Bewusstseinswelt beruht auf seinem Bild, dass er sich von der Welt macht. Will man ihn zu einer anderen Handlungsweise veranlassen, muss man sein Weltbild verändern. Nun gibt es aber vier Dinge, von denen sich der Mensch nicht freiwillig trennt. Von seinem Weltbild, von seinem Geld, seiner Macht und seinem Leben. Seine Weltsicht ist ihm dabei so wichtig, dass er sie in den ideologisch begründeten Kriegen sogar mit seinem Leben verteidigt. Er ist auch bereit, einen großen Teil seines sauer verdienten Geldes in Waffen zu investieren, um sich vor den Ideologien und den daraus resultierenden Lebensweisen anderer Menschen zu schützen. Die Menschen stehen sich doch nicht waffenstarrend gegenüber, weil sie fürchten, dass ihr Gegenüber nur kommen wollen, um sie alle zu töten. Das gegenseitige Abschlachten geschieht in den mehr oder weniger glorreichen Schlachten auf dem Schlachtfeld. Ist der Krieg vorbei und die Unterschiede haben sich angeglichen, leben Freund und Feind in der Regel friedlich zusammen. Wer bei diesem Prozess machtpolitisch und in ideologischer Hinsicht die meisten Federn lassen musste, die Sieger oder die Besiegten, das ist dann nur sehr schwer festzustellen. Nein, die Menschen fürchten um ihr Weltbild, ihre Macht und ihren Lebensstil. Nur um Habe und Leben gegen Räuber und Mörder zu schützen, ist keine große Streitkraft erforderlich. Da genügt eine gut ausgestattete Polizei. Ist es schon schwierig, das Weltbild eines einzelnen Menschen zu verändern? Wie will man das bei 7,5 Milliarden schaffen? Würde man alle Menschen auf diesem Planeten nach ihrem Weltbild fragen, fände man keine zwei, die absolut identisch sind? Das wirft sofort die Frage auf, warum das so ist. Es kann ja nicht sein, dass nur die einen Recht haben, weil sie so intelligent sind und die anderen Unrecht, weil sie das Schicksal mit weniger geistigen Gaben segnete. Ob einfacher Mann oder großer Wissenschaftler, jeder hat von seinen eigenen geistigen Fähigkeiten eine sehr hohe Meinung. Deshalb ist er felsenfest davon überzeugt, dass seine Weltsicht der Realität entspricht und alle Andersdenkenden falsch liegen. Darum sieht, hört und liest er am liebsten, was seine Meinung bestätigt. Da bilden die Männer der Wissenschaft keine Ausnahme. Auch sie möchten bei ihren Experimenten am liebsten das finden, was ihr Weltbild bestätigt. Darum formulieren sie zuerst in einer Theorie, was das sein soll und suchen dann im Experiment nach Bestätigung. Und genau diese Vorgehensweise hat beim berühmten Michelson-Experiment zu diesem verhängnisvollen Irrtum mit den verheerenden Folgen geführt. Hätten die damals damit befassten Forscher zuerst das Experiment gemacht und anschließend das Ergebnis nach den Regeln der klassischen Mechanik interpretiert, hätten wir heute erheblich weniger gravierende Probleme. Zu Michelsons Zeit spaltete die Frage, ob es für Licht ein Trägermedium gibt oder nicht, die Forscher in das Lager der Befürworter und das der Gegner. Dass kein materieller Stoff als Trägermedium in Frage kam, wusste man schon damals. Die Lichtwellen, die von Sonnen oder Galaxien ausgesandt werden, durch allen ja auch den Weltraum und dort gibt es keine Materie, die als Trägermedium in Frage käme. Darum gingen die Befürworter seinerzeit davon aus, dass es sich beim Trägermedium der Lichtwellen um einen unsichtbaren, feinen, immateriellen Stoff handeln müsse, der den ganzen Weltraum ausfüllt. Diesen hypothetischen Stoff nannten sie fälschlicherweise Äther. Ein Name, den sie alten Überlieferungen entlehnten. Die Gegner glaubten nicht an den Äther, bekämpften die Äther-Befürworter heftig und haben auch heute noch in der Wissenschaft die meisten Anhänger. Eigentlich wollte Michelson mit seinen Versuchen diesen Streit durch harte Tatsachen beenden. Leider ging er dabei von einer falschen Erwartungshaltung aus. Er nahm an, dass der Äther im gesamten Weltraum ruht und daher ein absolutes Bezugssystem darstellt, zu dem man alle Geschwindigkeiten in Beziehung setzen kann. Weil sich die Erde bei ihrer Bahn um die Sonne dann ständig gegen den ruhenden Äther bewegt, wie ein Radler gegen die Luft bei Windstille, erwartete er als Ergebnis seiner Messungen die Geschwindigkeit, mit der die Erde um die Sonne rast, nämlich 30 Kilometer pro Sekunde. Bei seinen Experimenten, die er 1881 mit verschiedenen Versuchsanordnungen erstmals durchführte, maß er zwar immer einen Unterschied bei den Laufzeiten der Lichtwellen, errechnete aus diesen Laufzeitunterschieden aber jedes Mal nur eine Ätherdrift von circa 8 Kilometer pro Sekunde. Die Äthergegner behaupteten triumphierend, bei Michaelsons Versuchen sei nichts herausgekommen. Es gäbe kein Trägermedium für die elektromagnetischen Wellen. Kurzerhand kehrten sie das Ergebnis unter den Teppich und verhinderten, dass es in den Physikbüchern auftauchte. Ohne Berücksichtigung eines Wellenträgers liefern die klassischen Wellengleichungen aber falsche Werte, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Das war prekär. Man konnte sie so nicht mehr benutzen. Da kam Einstein als Retter. Mit einem Trick brachte er die böse, in Unordnung geratenen mathematischen Formeln wieder in Gleichschritt, ohne den Äther zu bemühen. Damit die Bewegungsgleichungen bei den elektromagnetischen Wellen ohne ein Trägermedium auskommen, brachte er in seinen Formeln für die Ätherdrift Korrekturfaktoren an den Zeitkoordinaten an. Mit anderen Worten, er schummelte ein wenig. Nun war eine Sekunde bei ruhendem Teil nicht gleich mit der Zeit von einer Sekunde bei bewegtem System. Die Zeit beim bewegten System erscheint dadurch um den entsprechenden Korrekturfaktor gedehnt, dilatiert. Jede Sekunde beim bewegten System dauert nun vom ruhenden System aus beurteilt länger. Tätemann vergleichbares bei den Längenmaßen, könnte jemand beim Grundstückskauf mit einem Bandmaß aus Gummi anrücken und dieses bei seinen Messungen kräftig auseinanderziehen, um so die Grundstücksgröße festzustellen. Die Folge, die Abstände der Metermarkierungen würden länger, die Anzahl der Meter, die er abliest, kleiner, die Quadratmeter, die er so errechnet, weniger und der von ihm zu zahlende Preis geringer. Die Frage ist nur, ob der Verkäufer mit dieser Messmethode einverstanden ist. Das Rechenkunststück verkaufte Einstein 1905 mit großem Erfolg als Relativitätstheorie. Diese Schummelei wird bis heute von allen ernstzunehmenden Wissenschaftlern gebilligt. Von ihnen als eine der größten Errungenschaften der Wissenschaft gefeiert und wie eine Religion propagiert und verteidigt. Einstein selbst war sich seiner Sache denn doch nicht so sicher. 1920 sagte er den folgenschweren Satz, ein Raum ohne Äther ist undenkbar. Damit hat der große Mathematiker seine Relativitätstheorie selbst widerlegt. Der Grund dafür, dass so viele Wissenschaftler dennoch an ihr festhalten, ist die Tatsache, dass bisher alle Voraussagungen, die auf relativistischen Formeln basieren, mit den Ergebnissen der durchgeführten Experimente annähernd übereinstimmen, die ihre Richtigkeit belegen sollen. Obwohl es im ersten Moment verblüfft, dass Einsteins Formeln das Testergebnis vorwegnehmen, ist es dennoch kein Wunder oder Zufall und schon gar nicht der Beweis für ihre Richtigkeit. Die Korrekturfaktoren an den Zeitkoordinaten ersetzen ja die Ätherbewegung. Darum liefern mathematische Formeln, in denen ein Denkfehler durch einen Korrekturfaktor korrigiert wurde, die gleichen Rechenergebnisse wie die richtigen. Was es mit diesem Denkfehler auf sich hat, will ich an einem kleinen Gedankenexperiment zeigen. Weil die Dimensionen im Weltraum so riesig sind, soll es auf der Erde stattfinden. Deshalb wird der Äther durch die Luft ersetzt, die Erde durch einen Jungen auf einem Fahrrad, die Michelson-Apparatur durch zwei digitale Tachometer und die Erdbahn durch einen Radweg, der um einen runden See führt. Die baugleichen Tachometer sind am Fahrrad angebracht. Einer bekommt seine Impulse vom Vorderrad, der andere von einem Windrad, das ebenfalls am Fahrrad befestigt ist. Der erste soll Radtacho und der andere Windtacho heißen. Umrundet der Junge den See bei Windstille, zeigen beide dieselben Werte an. Und zwar egal, wie schnell er fährt. Zeigt der Radtacho zum Beispiel 10 kmh, dann zeigt auch der Windtacho 10 kmh. Ist Wind im Spiel, zeigt der Windtacho eine andere Geschwindigkeit an als der Radtacho. Aus der Differenz zwischen den gezeigten Werten ergibt sich die Windgeschwindigkeit in Bezug auf den radelnden Jungen. Hat der Junge Gegenwind, zeigt der Windtacho eine größere Geschwindigkeit an. Hat der Rückenwind eine kleinere. Nehmen wir an, der Radtacho zeigt 10 kmh und der Windtacho 15 kmh. Dann kommt dem Jungen der Wind mit 5 kmh entgegen. Zeigt der Radtacho 10 kmh und der Windtacho nur 5 kmh, hatte der Junge 5 kmh Rückenwind. Umrundet der Junge den ganzen See und der Radtacho zeigt ständig 10 kmh, der Windtacho aber ständig 0 kmh, dann hatte der Junge den Wind ständig mit 10 kmh im Rücken. Dadurch käme es ihm so vor, als gäbe es keine Luft. Davon kann man aber doch nicht ableiten, dass das tatsächlich der Fall ist. Vielmehr beweist es, dass die Luft in Radlrichtung mit 10 kmh um den See wirbelt und sich der See im Inneren eines Wirbels befindet. Innerhalb dieses Windwirbels kann man mit einem Windtacho niemals die Luftströmungen außerhalb der Windhose messen. Aber genau das haben die seinerzeit mit dem Michelson-Experiment befassten Forscher in Bezug auf den Äther versucht. Sie wollten den, Klammer auf, Fahrtwind, Klammer zu, messen, der der Erde bei ihrem Lauf um die Sonne entgegenkommen müsste, wenn es den Äther gibt. Weil die Messapparaturen die erwarteten 30 kmh pro Sekunde nicht anzeigten, haben sie einfach behauptet, Michelson hat nichts gemessen. Es gibt kein Trägermedium für die elektromagnetischen Wellen. Da schon damals zweifelsfrei feststand, dass die Erde mit 30 kmh pro Sekunde um die Sonne läuft, wäre die Nullvariante wie beim radelnden Jungen nach den Regeln der klassischen Mechanik aber der Beweis, dass der Äther mit 30 kmh pro Sekunde in Laufrichtung der Erde um die Sonne wirbelt. Auf keinen Fall darf man davon ableiten, dass es den Äther nicht gibt. Tatsächlich hat Michelson 8 kmh pro Sekunde Gegenwind gemessen. Und zwar in allen Erdpositionen. Das heißt, zu allen Tages- und Jahreszeiten. Das beweist, dass der Ätherwind seiner Messapparatur immer mit 8 km pro Sekunde entgegenkam. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn sich die Erde selbst im Zentrum eines Ätherwirbels befindet. Was für den Wirbelwind gilt, das gilt selbstverständlich auch für den Ätherwirbel. Messapparaturen, die sich in diesem Ätherwirbel befinden, können Ätherbewegungen, die außerhalb stattfinden, nicht messen. Diese Ätherbewegungen, wie zum Beispiel der Ätherwind, der der Erde bei ihrem Lauf um die Sonne als Fahrtwind entgegenkommt, können die Messapparaturen ja nicht erreichen. Der Ätherwind des Erdwirbels verhindert das. Michelsons Messapparaturen waren fest mit der Erde verankert. Darum bewegten sie sich mit der Erdoberfläche mit ca. 0,456 km pro Sekunde von West nach Ost um die Erdachse. Dabei kam ihnen der Ätherwind ständig mit 8 km pro Sekunde entgegen. Für dieses Messergebnis gibt es zwei mögliche Erklärungen. Erstens, der Ätherwind wirbelt gegen die Erdrotation mit 7,535 km pro Sekunde von Ost nach West um den Erdkörper. Zweitens, der Ätherwind wirbelt mit der Erdrotation mit 8,465 km pro Sekunde von West nach Ost um den Erdkörper. In beiden Fällen kommt der Ätherwind der Messapparatur mit 8 km pro Sekunde entgegen. Welches von beiden zutrifft, könnte man nur feststellen, wenn die Erde bei der ersten Messung von West nach Ost und bei der zweiten von Ost nach West rotiert. Diesen Gefallen tut sie uns aber nicht. Darum müsste die Messapparatur die Erde einmal in Ostrichtung und ein zweites Mal in Westrichtung umrunden. Das war mit Michalsons Messwerkzeugen nicht möglich. Sie waren ja fest auf der Erde verankert. Nachdem der Äther passé war, stellte sich diese Frage nicht. Das war mit mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020